Mom? Was ist los? Ich stehe auf Jungs. Ach wirklich? Was ist, dass es noch keiner von euch gemacht hat als große A? Denn rein wissenschaftlich gesehen sind wir immer noch Jungfrau. Ich schlag vor, wir werden einen Pakt schließen. Dass wir alle ne Nummer schieben, ehe der Sommer vorbei ist. Ich schlage vor, dass wir uns zuerst strategisch festlegen, wie wir uns verhalten. Aktiv oder passiv? Also ich für meinen Teil bin 100% aktiv. Bist du denn keiner mal neugierig darauf, wie es ist, passiv zu sein? Worauf bist du neugierig, Andy? Macht euch bereit für den Witzigsten. Hey, da liegt ja deine Gurke, Liebling. Ich würde sagen, so ist das Leben, wenn man einen schwulen Sohn hat. Geilsten. Gefällt dir das, was du siehst, Kumpel? Ja, in der Tat. Heißesten. Sie endlich kennenzulernen, ist mir so eine Ehre. Ich meine, ohne die schreckliche Alterskontrolle. Uff. Frechsten. Bitte, was trägst du denn? Ja, du hast doch Wassersport erwähnt. Nur für den Fall, dass wir das wären. Verdorbensten. Griff hat den Sicherheitscode der Dusch- und Umkleidekabine geknackt. Haha, der Busch ist sichtbar. Schamlosesten Film des Jahres. Ich schicke nicht raus! Glücklicherweise ist Sex gar nicht so toll, wie es immer dargestellt wird. Hast du es schon mal bis zur First Base geschafft? Ja? Wie hat sich das so angefühlt? Wie eine warme Quiche Lorraine. Another Gay Movie. Der schwulste Film aller Zeiten. Junge! Hallo! Es ist nicht, dass man nachher es aussieht. Endlich! Es funktioniert nicht! Tu was! Was machst du denn da? Gib mir auch was! Ich meine, ich werde auch mal probieren. Ich liebe dich! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017